So, hallo zurück. Jetzt geht es hier um den PID-Regler. Die Übertragungsfunktion des PID-Reglers habe ich schon mal hingeschrieben. Und wir haben jetzt die Tabelle des PID-Reglers. Und jetzt brauchen wir wieder diese Parameter. Hier haben wir drei Stück. Kr ist somit, ich möchte jetzt einen periodischen Verlauf haben, 0,6 mal KT. KT haben wir bei Ausbrechen mit 5. Also das ist dann 3. Dann brauchen wir noch unser TN. Unser TN ist 1,0 mal TG, also 4 Sekunden. Und unser TV, also diese Zeitkonstante hier, ist 0,5 mal TU. Also 0,5 Sekunden. Ja, und dann habe ich hier meine Parameter, kann sie in meinen Regler füttern. Und habe dann somit meinen Regler entworfen nach der Bendeplankentenverfahren. Ja, so läuft das ab. Ich hoffe, dass mein Video hat euch gefahren, hat euch weitergeholfen. Für die Dimensionierung von eurem Regler zu Hause. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten. Ich wünsche euch noch einen Tag. ... ... Vielen Dank.